Der PET-Test ist eine Diagnostik zur Bestimmung des Grades der Belastungsinkontinenz. Das heißt, Patienten, die bei schwachen Blasenschließmuskel Urin verlieren, bekommen eine Einlage. Daher kommt der Name PET und diese Einlage wird gewogen, wenn sie noch trocken ist. Dann muss der Patient bei voller Handblase bestimmte Übungen machen, bekommt eine Liste, zum Beispiel Treppensteigen, Kniebeugen und so weiter, also irgendwelche Formen von Bewegung. Und am Ende wird die Einlage nochmal gewogen und aufgrund der Gewichtsdifferenz kann man dann ausrechnen, wie viel Milliliter Urin der Patient in dieser Zeit verloren hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017